Leute, Leute, wir sind wieder hier frisch und munter am Start, haha, an der Front, willkommen, willkommen bei Call of Duty 2 mit eurem Rufnecks. So, weiter geht's, wir gehen nach Stalingrad. Die deutsche Armee war in Kontakt, wo, 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 wo- Hydra, geh weg Oh schade, ist dortorc Verdammt Verdammt Eieieieiei Ah, Olga Olga Wo sieht die scheiße Frau aus? Oh, 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 oh Ich krieg euch Verdammt die scheiße Jetzt aber Da helfen nur noch Granaten Ich habe gedacht, in Russland haben sie alle deutsche Nachnamen So wie hier So Okay Jetzt gibt es erstmal hier was auf die Platze Maja Schweine Stürb Los Leute, los Leute, vorrücken Linke Flanke, linke Flanke Linke Flanke, linke Flanke Okay Oh, voll vorbei geschossen Scheiße Ich muss nachlagen Lege sie auf das Harmonisten, erb gebraucht Haschen Haschen Gut Okay Wir haben uns durchgefightet Ich nehme mal eine K98 mit Deutsche Qualität Deutsche Waffe Genossen der großen Sowjetunion Wir haben nichts gegen die russischen Soldaten Wir kämpfen gegen eure Anführer Die euch in den Städten schicken Die ihr nicht kennengelernt Könnt ihr euch Vertrauen Sie erschießen euch wenn ihr decken Zug und euch zurückzieht Die deutschen Wow Wow Geht's ihm gut, oder? Geht's ihm gut Der Schot, Mann Die Deutschen sammeln sich zu einem Gegenangriff Macht euch bereit, Genossen Wir sind zu wenige Wir können nicht hierbleiben Denn sie werden uns überwältigen Bleiben sie wo sie sind Wir halten diese Position Bis Hilfe eintrifft Genau Die erste Hilfestation Auf der Solignaya Strasse Zählt auf unsere Hilfe Haltet die Linie, Genossen Okay, jetzt geht's ab Jetzt geht's ab Jetzt kommt der totale Krieg Okay, okay Kameraden Für die Sowjetunion Auf unser ruhmreiches Mutterland Macht euch bereit Da kommen sie Feuer eröffnet Jetzt geht's los Es geht los Es geht los Wo sind sie? Wo sind sie? Da Nein War wie funktioniert Ich bin grad bei einer Schnell wo Two Taktion qual deine Ah, ich krieg dich noch. Angriff, ja. Oh scheiße, war meiner im Weg. Kommt dem Besten, geh mal raus. Ach, das ist so. Bam. Wisschen noch mehr, aua. Boah, ich bin einfach zu geschaufte, ja. Bin schon fast nicht stressig. Zack. Zack. Nein. Einen zack, du dummst mir immer im Weg. Uah, Granate. So. So. Stopp. Ja, ich mach einen. War der schon tot. Ha. Ha. So, weiter vorrücken, Leute. Komm, 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 komm. Ha, ha, ha. Stirb zum Drecksack. Oh shit. Ich hab kaum nur Munition, ey. Ich hab kaum, kaum nur Munition, ey. Boah, fuck. Da sind sie. Da. Da sind sie. Scheiße. Nein. Los Leute, kommt vor. Sturmt, sturmt hier alles. Oh. Oh. Ich bin sauber. Ich geh weiter vor, Leute. Ich stürm die Säcke jetzt, Mann. Jawoll, jawoll. Ich schreie nicht so, ich sag. Halt. Erst anvisieren. Erst anvisieren. Fliege nicht nach Hause. Boah, ich stürze mit dem Metzl hier, ey. MG240. Ausgeschalten. Ich geh von der linken Seite ran. Wie sagen die? Von der linken Flanke, ey. Boah. Shit. Boah, scheiße. Ich glaub, ich waffe mal ein bisschen Rauch. Ich nebel jetzt ein, die Säcke. Ja. So, jetzt ist die Stutti. Jetzt zählt die nämlich nicht mehr. Das war's. Ah. Ha, 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 ha. Oh. Oh. Sack. Ba 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 ba. Wie schnell wechseln wir mal die Waffe. Mann am Boden! Er hat 40 gute Waffe Oh fuck 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 Berichterstattung Wo ist er? Da! Hey, renn doch nicht weg! Bleib hier! Hier! Verdammte Deutsche! Sie haben sich auf den oberen Etagen verbarrikadiert! Sollen wir Sie mich bitten aufzugeben? Ich frage Sie, wenn ich Sie in die Luft gejagt habe! Schaff mir jemals die Sprengladungen hier rauf! Wir brauchen hier oben Pioniere! Holen Sie den Sprengstoff! Ich fange hier drüben an! Jo, ich will auch Sprengstoff! Ich will auch Sprengstoff! Ah, danke! Danke! Einmal! Oh! Angebracht! Da muss man mal aufpassen, das ist so ein lüchterndes Blicke! So, noch eine und fertig! Raus hier! Jetzt kommt das große Feuerwerk! Geht der Kallis in die Luft! Mars aus dem Gebäude! Ja, aber hier kann man schon bleiben, oder? Ich mach wohl ein bisschen zu nahe! Okay, nochmal von vorne! Ein bisschen weiter weg diesmal! Hey, das hat doch voll gereicht, oder? Was meint ihr? Warte! Okay, dann bleiben wir uns hier! Schnell weg! Aber jetzt reicht's, oder? Boah! Geil! Einfach nur geil! Herrlich! Oh mein Gott! Ja! Ja! So geht mal mit denen, um Genossen! So, und nicht anders! Jawoll! Halbe Haus weg. Prima. Die Briten sind freigeschalten. Yes. Ich würde aber sagen, wir gehen zur nächsten Mission. Ah, das war doch geil, oder Leute? So. Aber leider muss ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part bei Call of Duty 2, frisch und munter. Bis dahin. Ciao.